Anfang Oktober ging der neue Stall von Alexander Markus nahe der Nordheimer Ortschaft Hollenstedt in Betrieb. Als einer der ersten im Lande produziert er hier Schweine nach den Richtlinien des neuen Labels Tierwohl. Jetzt ist der Stall mit 900 Tieren vollbelegt. Das Neue am Stall, der 900 Meter außerhalb des Dorfes auf dem freien Feld entstand, ist, dass die Tiere deutlich mehr Komfort als in herkömmlichen Stellen genießen. Und darauf legen Betriebsleiter Alexander Markus und sein Vater August, der als Seniorchef beratend zur Seite steht, viel wert. 800.000 Euro hat die Familie Markus investiert. Die Ferkel haben 20 Prozent mehr Platz. Sie dürfen aus offenen Wasserstellen saufen, haben volles Tageslicht und sogar Gelegenheit zum Spielen an zahlreichen herabhängenden Spielgeräten. Auch für Futter zum Zupfen ist gesorgt. Nicht zuletzt gibt es auch eine Klimaanlage. Die Mast erfolgt quasi vollautomatisch. Ein Computerprogramm sorgt dafür, dass das Futter bei jeder Fütterung aus den Vorratssilos automatisch angemischt wird. Verfüttert wird zehnmal am Tag ein Brei, der fast ausschließlich aus Getreide und Ackerbohnen besteht, die die Hollenstädter Landwirte selbst anbauen. So sorgen Kollege Computer und Landwirtskunst dafür, dass aus einem zwölf Wochen alten und 27 Kilogramm schweren Ferkel innerhalb von vier Monaten ein 115 Kilogramm schweres Schwein wird. Die Schweine bringt Markus dann zur Schlachtung ins etwa 27 Kilometer entfernte Windhausen in den dortigen Schlachthof. Falls nicht mehr weit mehr über die Hollenstädter Landwirte selbst anbauen. Dann bitte die Hollenstädter Landwirte, wie sie also aus dem Gradiver politicians gegen die Hollenstädter Landwirte selbst anbauen. Jetzt kann ich Ihnen jetzt schon mal einen kleinen Shutter zu über den Schlachtstand. Und jetzt können wir sehen, dass die Rollenstädter Landwirte noch einmal ein bisschen mehr erfolgt. Die Hollenstädter Landwirte der Schlachter Landwirte verb楽ab vazgelegt. Like es ist schon mal an Biodenstädter..